Wählen Sie Ihren Helden. Okay, äh... Buh, 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 buh. Das ist Reinhardt, ne? Ja. Weniger offensive Helden. Keine Heiler. Okay, ich nehme wieder Reinhardt, würde ich sagen, oder? Ich finde ihn ganz cool eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn ganz cool. Zu viele defensive Helden. Na, toll. Ähm... Offensiv. Gut, dann nehme ich die Tracer. Dann ist es jetzt so, dann nehme ich die Tracer. Let's see. Hm. Boah, schießt denn das Ding hin? Achso. Okay. Okay, wir können den Helden wechseln. Oh. Uff. Ah, das kenne ich aus, hier ist auch ein Storm. Da spiele ich die Tracer ja auch. Ich muss so geben, ich habe auch nur wegen Tracer geholt. Nein, natürlich nicht. Was? Achso. 4, 3, 2, 1, los. Okay, jetzt sind wir die von Angriff. Alles klar. Hm, keinem, was er eh macht. Ich muss noch mit den Figuren ganz klar kommen. Kann ich irgendwie springen? Hochschuerspringen? Ein Sniper. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ähm, ich gehe mal eben kurz meine Halm, mich heilen. Genau das Richtige für zwischendurch. Hm. Ah, okay. Achso, ich habe mich schon gewundert. Was dieses komische Geräusch ist. Sehr gut. Ich bin sowieso ein offensiver Spieler. Huch. Ich sollte vielleicht aufpassen, wo ich mich hinbaute. Alter, das macht Laune. Fuck, das macht Laune. Das macht so Laune, Alter. Das Spiel macht so Laune. Scheiße. Ich will die Tracer so sehen. Aua. Achso. Ah, ja. Das E ist auf dieses Porten, ne? Äh, Zeit zurücksetzen. Ah, jetzt bin ich hier unten. Abstauber, abstauber. Hehehehe. Die Tracer ist voll geil. Die gefällt mir. Also, als Spielfigur jetzt, ne? Hallo, ist noch los? Oh, ein Millikit, Millikit. Hallo, hallo. Egal. Gibt es unten nicht ein Millikit, da ist ein Millikit. Tja. Ja, Sieg. Cool. Das war jetzt, ich sag, echt ne... Highlight des Spiels. Hehehehehe. Hehehehehe. Ha, ha, ha. Geil. Ist zwar echt nur gegen KI, aber ganz ehrlich, äh... es macht mega fun und... es ist grad nochmal eine zweite Runde und ich bin echt mal gespannt, wie es gegen andere Leute ist. Freue ich mich schon drauf. Ah, schön, 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 schön. Ich guck mal eben kurz, äh, ob mein, ähm, ob mein Kollege online ist. Wir wollten eigentlich zusammenspielen. Ist das nicht das Schloss Neuschwanstein oder irgendwie sowas, äh, äh, ich nehm wieder die Tracer. So, ich schreibe ihm in kurz. Passiert da hier grad eh nix. So, kurz geschrieben. Also ich wäre bereit und es macht F.U.N. Wir haben natürlich mal wieder keine Tanks. So, worauf warten wir? Ah, noch fünf Sekunden. 4, 3, 2, 1. Okay, wir müssen diesmal wieder verteidigen. Alles klar. Ich kenne die Stimme von Tracer, aber woher nochmal? Verdammte Axt. Ich, ich weiß echt nicht mehr. Ach, die ist so cool. Okay, verteidigen. Ist das die gegnerische Basis? Ah ne, das Ding, ach so, das Ding. Alles klar. Okay, okay. Ach, das macht lauter Spiel. Ich spiele übrigens auf der Grafikeinstellung Ultra, weil es die voreingestellte Einstellung war. Ähm. Nein. Wie wär das nochmal mit den, äh, Symbolen, Zeichen machen? Falscht hast du? Keine Ahnung. Gut. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Okay. Okay, Zielpunkt A verteidigen. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ich bin auf die falsche Tasse gekommen. Ach, diese Eisbraut. Mei. Ich hab den Mai gekillt. Okay, ich bin auch voll geheilt. Sehr nice. Ah, der Reaper. Uiuiuiuiui. Ich will ganz ehrlich auch gar nicht so viel quatschen, bin ich ganz ehrlich. Ich war jetzt mal dafür viel zu viel Fun gerade. Und ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ähm. Ist so. Ich dachte, kann ich mich mal wieder bellen. Ich bin euer Tod. Du bist doch sowieso schon der Tod. Aber naja. Alles klar. Feind gesichtet, wo? Da hinten. Das ist ein Tank. Ich bleib mal in der Nähe hier das Verteidigungspunkt. Wo sind die? Tja. Da hat das Eis wohl ausgeschleckt. Okay. Der Tod hält ja nix aus. Wo sind die einer? Deswegen liebe ich Team Deathmatch, denn man kann seine eigenen Leute nicht abknallen. Der Soldat hält ja nix aus, um sich tatsächlich zugeben. Das finde ich echt ein bisschen schade. Ist eine coole Figur. Und ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich die Tracer auf jeden Fall am meisten spielen werde. Hat der mich gerade geschlagen? Hat der mich gerade geschlagen? Alter. Ich weiß nicht, was Kuh macht. Das werde ich mal bei gegebener Zeit ausprobieren, würde ich sagen. Ei, 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 ei. So. Noch 1 Minute 14. Was hätte ich gesagt? Achso, Fahrer. Oh. Ah, ich brauche einen Medikip. Da war ja was. Habe ich doch nicht vor. Ah, da hinten kommen welche. Was war das denn jetzt? Das klang gerade wie so ein Uruk-Hai. Alles klar. Ich hab' gewonnen. Also es wird auf jeden Fall richtig Laune, muss ich echt sagen. Ah, jetzt macht man auf jeden Fall richtig, richtig Laune. Ah. Cool. Wow. Das war richtig, richtig cool. Ich muss mich echt zugeben. War richtig, richtig cool. Ah. Äh. Komm. Ich gebe dem Reaper mal eins. So, als Team fortsetzen. Äh, ja. Ich habe keine Möglichkeit, da umzustellen. Also irgendwas zu machen. Stufe 3 erreichen. Yeah. Geil. Lootbox halten. Mach ich später alles. Ah, ja, ja. Ne, wirklich schön, schönes Spiel. Schöne Spiel. Auf jeden Fall macht man für richtig, richtig Laune. Schon wieder Eichenwalde, okay. Ich würde, soll ich diesmal wieder die Tracer nehmen, oder soll ich diesmal wieder anders nehmen? Ähm. Torbjörn. Defensiv. Tank. Unterstützung. Keine Heiler. Ich kann Heiler überhaupt nicht spielen. Das ist sowas Problem. Gut, wir lassen, achso, Karrier reinsehen, okay. Ah, okay, Tracer ist schon vergeben. Schade, schade, schade. Keine Heiler. Ähm. Ach komm, ich versuche einfach mal einen Heiler. Ich versuche es einfach mal. Wenn es schief geht, geht es schief, wenn nicht, dann nicht. Oh, so kann ich mich einsetzen. Alles klar. Okay. Ein bisschen paradox, dass ein Engel den... Nein, das sind definitiv keine, äh, KI-Leute, die hier rumschießen. Macht das, Reinhardt, meistert. Jopp. Ey, das ist doch die Stimme von Ellie aus, äh, Community College, oder wie heißt die Serie? Warte. Aus der Community Serie, genau. Community College. Greendale, genau. Alison Green, so heißt sie doch, soweit ich weiß. So. Kann die eigentlich Schaden machen, die Alte hier? Ist ein bisschen blöd, so. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Was macht die? Ich hab keine Ahnung. Okay, im Angriff sind wir natürlich wesentlich stärker als in der Verteidigung, aus dem Gefühl. So fix, wie er es hier ist. Ah, ich kann auch, ah, okay. Ich kann auch Angriff machen, sehr geil. Okay, das gefällt mir. Boah, ich kann kaum sehen, ob einer, äh, beschädigt ist, oder nicht? Ah. Der Linke. Aua. Von wo? Da. Okay, Heiler ist, äh, ich sag echt nicht so meins. Finde ich nicht ganz so geil. Aber das ist mir was anderes. Okay. Muss einer geheilt werden. Ich seh's nicht. Oh. 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 Wo du jetzt dein Baes? Wo du jetzt dein Baes? Ich finde die Sprüche cool. Oh. Kuh ist wahrscheinlich rundum heilen, also alle in der Nähe. Ah ja ja ja, was ist los? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Achso ich war eingefroren, ok. Ich weiß gar nicht, bringt das irgendwas, wenn die den gelben Balken da haben? Ich weiß es mir lieber wenn ich jetzt willig. Ich weiß es mir lieber wenn ich jetzt willig. 10x so viel so Pazikel. Ja. Ja. Ich brauche einfach eine ordentliche Runde. Einfach mal GG. Okay. Hm. Hm. So, ich verlasse das Match jetzt mal. So, dann gucken wir mal die Lootboxen hier eben noch durch. Lootbox öffnen. Okay, was haben wir denn hier? Spruch Vorschau. Alles klar. Was ist das hier? Spray. Emote. Wow. Super Emote. Und noch ein Spray. Alles klar. Aber das rüst ich direkt mal aus. Komm. So, da. Zurück. Und wir haben noch eine Lootbox. Mal gucken. Gar nicht übertrieben. Was haben wir hier noch? Spray. So eine Wolke. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ja. Danke, Nicolas Cage. Was ist das denn hier? Luftskin. Okay. Und noch ein Spray. Alles klar. Gut, dann haben wir die Lootboxen auch schon mal geöffnet. So. Und ich würde jetzt mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich gucke jetzt mal, ob ich meinen Kollegen eigentlich mal erreiche. Denn ich würde ganz gerne mal online zocken. Aber ich weiß nicht, ob das alleine so witzig ist. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für diese ersten paar Runden hier. Und das war natürlich nur erstmal vor Geplänkel. Und ich freue mich auf jeden Fall mega, wie das Spiel richtig ist, wenn ich online spiele. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ich finde den Roboter süß mit dem Vogel. Bastion. Macht's gut. Ciao.